Was geht jetzt? Mal wieder keine Produktionsdaten aufgezeichnet? Sie müssen Ihrem Chef aber genau sagen, wann die Maschine gelaufen ist und wann nicht? Kennen Sie das BauerWeb BGM? Ich kann Ihnen versprechen, es ist die Lösung für all Ihre Probleme auf der Baustelle. Das BauerWeb BGM ist marktführend. Auf der nutzerfreundlichen Oberfläche finden Sie alle Daten rund um das Flottenmanagement auf einen Blick. Rufen Sie ganz einfach die Serviceplanung auf und erstellen Sie mit einem Klick Ihre Baustellenberichte. Na, zu viel versprochen?